Hallo ihr Lieben, ich habe einen Haul für euch. Ich war bei Sergeant Major und ja, nur weil wir da einmal eingekauft haben und dort jetzt eine Kundenkarte haben, sind wir angeschrieben worden und da gab es eine VIP-Aktion. Wir sind jetzt VIPs. Ja, auf jeden Fall habe ich da richtig, richtig zugeschlagen, denn jedes zweite Teil war für 4 Euro. Und jetzt haltet euch fest, ich habe für Noah eine Winterjacke gekauft. Guck mal. Das ist die geile Jacke hier. Voll die coolen Taschen. Hinten geht die über den Popo auf jeden Fall. Oben hat die noch mal eine andere Farbe. Die ist schön leicht, aber total wasserdicht und winddicht und alles. Hier vorne hat sie noch so ein Bündchen. Ich stehe ja voll drauf. Oben hat sie so ein Kunstfellbesatz. Sieht auch schick aus, finde ich. Innen drin so Fleecefutter. Und was ich auch echt cool finde, zusätzlich, dass sie auch noch sehr schick ist, sie hat innen drin noch so eine Weste, die kann man abnehmen, abtrennen mit einem Reißverschluss. Und die hat auch noch so ein cooles Design von innen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und die ist auch vor allem schön rot. Ich liebe ja rot an meinem Sohn. Ja, und diese Jacke hat gekostet, haltet euch fest, wo ist denn der Preis? 74,99. 74,99. Und dann haben die gesagt, ja, sie können jetzt noch dazu Socken kaufen oder noch irgendwas Gleichwertiges. Es ist egal, was ihr sich kaufen. Das zweite Teil ist für 4 Euro. Da sage ich so, ja, kann ich mir doch. Das heißt, ich kann mir noch meine zweite Jacke kaufen. Ja, okay. Also habe ich meiner Nichte eine Jacke gekauft. Die ist so geil. Die ist so schön, die Jacke. Das ist eine voll coole Jacke in Royal Blau. Und das allerbeste ist, diese Jacke ist ja noch besser als die von Noah. Es ist eine Daunenjacke. Die ist wasserdicht und hat vorne auch im Bund. Oben auch nochmal diesen Fellkragen besatt. Innen drin dieses weiche, schöne, ja, Teddyfutterfell, weiß ich nicht was. Und innen drin hat die komplett, ist die kompletten Vlies. Und das finde ich richtig toll, dass die so, die ist richtig warm und vor allem ist schön leicht. Ich liebe Jacken, die leicht sind. Ich hasse nichts mehr als schwere Winterjacken. Ja, und vorne hat die nochmal so einen süßen Stern. Die hat tolle Taschen. Und die ist unten, unten drunter hat die nochmal so ein Gummiband. Das heißt, es bleibt auch schön dicht unter, also an einem Beinchen, dass da nicht so der Wind hochpfeift. Aber ich finde die Jacke voll cool. Die ist voll süß einfach. Und hier, die haben immer so schöne Details von Sergeant Major. Es ist eine Marke, ich muss sagen, ich finde die Sachen ein bisschen teuer. Aber wenn die Aktion haben, lohnt es sich echt total dort einzukaufen. Weil die haben einfach wunderschöne Designs. Ich habe da schon ein paar Teile geholt. Zum Beispiel habe ich jetzt diese Jacke hier noch geholt für Noah, diese, die sind ein Cardigan. Und der ist auch so schön und so ganz fein gearbeitet. Hier auch nochmal mit einer anderen Farbe. Oben nochmal der Kragen mit einer anderen Farbe. Und immer mit Liebe zum Detail. Beide Knöpfe angenäht mit einer Farbe. Aber ein Knopf ist hier auch in Orange wieder. Also die haben immer so kleine verspielte Details. Das finde ich total süß. Jetzt kostet diese Weste 26,99. Also macht es natürlich wieder Sinn, etwas Gleichwertiges mitzunehmen. Dann kriege ich das zweite Tat auch für vier Euro. Der Noah hat ja genug Sachen. Aber da dachte ich, ja komm, dann kaufst du ja nicht so wieder was. Und zwar, das ist jetzt hier der Geschenkelkarton für meine kleine süße Maus. Aber ich mache den mal auch für euch. Und ich kann das Video erst freistreiten, wenn ich das meiner Schwester gegeben habe. So seht ihr das jetzt alles. Das ist so schön gemacht und liebevoll. Und hier sind die Sachen für die kleine Maus. Ich muss euch mal hier ein bisschen positionieren wieder. So, alles komm und schief. Jawohl, Moment. Oh, ich habe ja ein neues Stativ. Ich muss damit noch ein bisschen üben. Also habe ich ihr erst mal so einen süßen Rolli gekauft. Einen Longsleeve Pullover. Oben mit einem schönen Kragen. Und hier mit einer schönen, ja, auch mit so ein bisschen Glitzer dran. Und es ist total süß. Und dazu passend, zu dem Muster und allem, habe ich ihr noch so eine Strickjacke geholt. Leute, die ist ja wohl so schön. Alles so mit Liebe zum Detail. Hier auch nochmal mit diesen Applikationen. Mit so einem Zirkus und so ein bisschen Glitzersteinchen. Ja, das ist einfach nur, einfach nur schön und schick und fein. So, und jetzt kostet diese, dieses Ding, naja, haben wir schon alles zugeklebt. Es kostet alles immer ungefähr gleich, ne. Also das war dann auch ungefähr so 26, 27 Euro gleichwertig mit Noah's Cardigan. Das heißt, da war das hier für 4 Euro. Und das hier war auch immer auch so, weiß ich nicht, 12 oder 14 Euro. Irgendwie sowas. Und dann habe ich immer so zwei Teile, immer vom selben Preissegment, immer zwei Teile geholt. Dann habe ich eben den Pulli noch geholt. Diesen Pulli noch. Ich habe jetzt richtige Outfits gekauft. Also diesen Pulli hier, ist das nicht schön. Mit den kleinen Glitzerdingern und hier oben mit den Rüschen noch. Also so richtig schön, schick und festlich. Hier ist sogar das Emblem noch zu sehen von Sergeant Major. Hinde ich jetzt nicht so wichtig, aber es ist ja nett, dass es dran ist. Und dazu passt natürlich an. Und hier ist auch so schön. Dieser Cardigan. Tada. Echt. Also das ist so ein schickes Teil und so ein schönes Muster. Ich hoffe, ihr könnt das, ja, jetzt könnt ihr es erkennen, ne. Das ist so schön, so schick. Dann macht man das hier oben nämlich zu und nur die ersten Beine. Und dann hängt das praktisch so wie so ein Babydollkleid. Also so richtig mit der Schleife oben. Und das hier, ja, wir haben das alles, ähm, alles verklebt. Das war auch irgendwie so in dem Preissegment. Also, dann waren praktisch die beiden Sachen ungefähr ähnlich mit dem hier. Irgendwie so auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt die Sachen von Sergeant Major. Schön, ne. Ja, total schön. Das wollte ich euch mal gezeigt haben. Und jetzt muss ich das alles wieder in die Box einpacken. Und dann kann ich das endlich meiner Schwester geben. Ich wollte das schon letzte Woche alles, letzte Woche auch schon alles erledigt haben. Ähm, aber das ging dann nicht, weil wir ja natürlich diesen Einbruch hatten. Wir waren jetzt im Auto und dann war hier echt so ein Trouble und so ein Durcheinander. In der Zeit hatten wir auch einen blöden Mietwagen und, ähm, ja, das war alles ein bisschen nervig und aufräumend und egal. Aber ich habe jetzt hier diese wunderschönen Sachen für meine kleine, süße Nichte. Aber hier stehen die Sachen auch. Vielleicht passe ich da noch rein. Ja, ja, gut. Drei Viertelarm geht eigentlich nicht. Ich finde die Sachen so schön. Ich habe noch gesagt, warum habt ihr sowas nicht auch für Mütter, ne. Also so passende Outfits für Mädchen und für die Mama. Das wäre doch so schön. Ich finde die Sachen so schön. Ich liebe die Sachen. Auch diese Long Steaks. Ich finde die so schön. Ja, ich muss ja sagen, die Sachen für die Mädels soll es noch schöner als die für die Jungs. Für die Jungs sind die sehr hübsch. Die sind so besonders irgendwie, aber sehr schlicht. Und für die Mädchen sind die zwar auch schlicht, aber die haben trotzdem so tolle Details, ganz tolle Details. Das ist nicht kitschig. Die haben, ähm, echt schöne Designs, finde ich. Und das Material fühlt sich auch echt super toll an. Und das ist halt ein französischer Hersteller, ne. Merkst du einfach. Ist nochmal was anderes als H&M. Aber H&M reicht natürlich völlig aus. Jetzt mal ernsthaft. Aber so zwischendurch mal so ein Teil, wenn man eine VIP-Aktion hat, kann ja nicht schaden. Ja. Wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei, das Ganze einzukaufen. Und ich freue mich jetzt darüber, dass ich da jetzt hinfahre diese Woche und meiner Schwester endlich diesen Geschenkekarton geben darf. Okay. Dann macht's mal gut. Und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das mal ganz schnell nach. Und ja. Ich gucke mal, dass ich euch die Sachen in die Infobox verlinke. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.